die haben schon 90 prozent gleich der andere hund ist wieder da oben er geht hinter die mauer 195 210 so jetzt sind sie am laufen ja wo laufen sind genau wie ich gesagt habe da ist ein zombie oh das ist so eine tosie hab ich da ist noch eine tosie ja wir sind auf dem richtigen weg da werden sie auch lang kommen da vorne müsste gleich wieder so ein boot sein oder so und da werden sie versuchen abzuhauen da werden wir warten dann wenn sie denken ja wir haben es geschafft und dann fließen wir da ich höre ein zombie oder so ja hier bei der kutsche so wir warten hier schön ich warte dahin wo man schlecht sieht ja aber du musst die auch sehen können naja deswegen jetzt sind ja löscher auf der karte gucken wo sie sind die sind schon hier ja die kommen ja die kommen angeblich sind sie schon hier am besten nicht bewegen man hört dich ja 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 wieso wie hat das pferd ja keine ahnung ich sehe einen noch einen Einen haben wir Den anderen haben wir Los, hol dir den Ding Das war asozial Ich weiß nicht wo die sind, waren die immer noch in dem Haus? Ja Siehst du die nicht? Nee, ich sehe von hier aus keinen Und bei mir in der Nähe? Hörst du bei dir was oder was? Bis jetzt noch nicht Hörst du bei dir was? Das ist ja krass. Es sei denn, die sind woanders lang gerannt jetzt. Okay. Ja, wie gesagt, ich sehe... doch da. Habe ich jetzt gerade einen gesehen. Aber nur durch einen Bug konnte ich ihn durch die Wand sehen. Jetzt kommt er raus. Und er rennt in meine Richtung. Kopftreffer. Kopftreffer. Einen habe ich. Wo ist der andere da? Und jetzt... Und er hat sich... Ich weiß nicht. Und er ist nicht nur die Wand. Und er hat sich... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und er hat sich... Vielen Dank. Den habe ich einmal getroffen, zweimal getroffen, der müsste jetzt auch tot sein, glaube ich. Ja, es sind beide tot. Gut, ich komme. Ja, wie viel waren das? Ja, auf jeden Fall kommen sie her. Bitte lass sie zu uns kommen. Ja klar kommen die zu uns. Aber die müssten jetzt hinter dir irgendwo sein. Hinter mir? Nein, hinter dir. Drück doch mal E. Drück doch mal E und guck wo die Blitze sind. Ah, ja. Ich höre die, ich höre die. Ja, bei mir. Ja, ja. Zwei Stück. Schießen. Ja, schieß drauf. Nein, tot. Hat der dich oder was? Ja. Hab ihn. Gut. Super. Boah, geil. So, warte, hol deine Bounty. Die liegt bei dir. Hast du? Ja. So, warte. So, warte. Let's go. Hahaha